Hallo? Usain? Ich musste mich mute nehmen. Warum? Mein Bruder hier drin war ihm. Ja und? Und er so genervt hat. Und vor allem hat er ihm die Tür aufgelassen. Kann man auch noch dazu. Du hast ja nette Leute bei dir. Mein Bruder hat so den Beklopter geklopft. Und das war volle Absicht von ihm. Oh, ernsthaft? Wenn ich nicht antworte, kannst du dir das auch eigentlich denken, dass ich gemuted hab. Ne, Zendos. Kann ich mir nicht. Doch. Musste aber. Ne. Doch. Muss ich nicht. Doch. Na Krabi Krab Krab? Oh nein. Was ist denn? Weißt du selber nicht, ne? Nein. Oh scheiße. Oho. Was machst du da? Vorbei. Komm vorbei. Schade. Das wär was gewesen. Hm. Ich wär nicht. Ach ja, der punkt ja wieder. Oh. Bleibt denn hier stehen? Also nicht. Tung. Tung. Tung Tung. 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 Ah, das K. Das K. Ich weiß gar nicht wo das K. Tung. 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 Lass die Dünn. Vögel doch mal leben. Ne. Die können woanders vögeln. wieso hat sie das gehe ich nicht ich wollte eigentlich wissen was da unten drin ist bestimmt das ende meint sicherlich und tschüss was ist mit ihr und keine ahnung sind das nicht das ist voll gefährlich und ich glaube da ist das ende und schuss und schuss und schuss ja dann ziehe ich halt durch warte war manchmal drei oder sich auf zwei speichern wir haben ja neun zur auswahl deswegen erzählen deswegen dafür war eben viel zu lang deswegen wurde ich getroffen weil ich jetzt bin auch immer der fette der fette ist einfach zu fährt das würde ich nämlich machen und natürlich nicht zu früh los und er ist wieder weg ich glaube wenn du jetzt den frosch nimmt und statt rechts links rüber drückt dann kommst du oben hin mit glück vielleicht wird man nach links moment es könnte klappen weil da oben ist ja auch noch ein paar bananen und sowas meinst du musst natürlich aufpassen warum ist ja dieser croco naja versuch mal zu tümpfen hätte klappen kann hätte hätte fahrradkette dann sicherlich ich frage mir dieses phänomen wie du das immer schaffst der weg ich frage mich auch oder einfach 9 bringt ja eh nix weil wenn ich da wieder reingeht dann ist er eh wieder da deswegen aber ich glaube für dich ist lieber ein frosch besser meine fasse hey das war zu weit eben danke der hübsch der auch einfach weiter wenn du nach vorne drückst das kinder wie mit nach sondern das rente auch immer weiter ja das war sowieso außer der fisch da steht glaube ja nur der fisch ist der einzige der gar nicht die schwimmen alle weg oder laufen alle weg nein ich meinte wenn du drauf sitzt und einmal zur seite drückst dann mache ich noch ein bisschen weiter zur seite der ist gemein der frosch in den sachen ja du warst drauf ein bisschen abgerutscht weil er noch mal hüpfen war deswegen das du nicht kommt der kackpieber wieder ja die kommen beide immer wieder weil die beiden ja nicht tot sind ach komm wie war das gerade wieder klar nein du hast glaube ich zwei oder 0 und 1 1 und ne letzte das ist mein letztes sag ich ich habe glaube ich gesaved einmal bei dem ersten level wo ich drin war und wo du jetzt noch zwei leben hattest sprich das nuller level und das einer die banane noch haben meine gieriger als die gierigen leute die beschraft alles ja wieso normal ich habe den auch noch nicht ich glaube ich würde jetzt empfehlen sogar jetzt eben bananen die immer zu hören dass er zumindest jetzt noch ein leben hast da wurde stämmer und dann ist es nicht wohl lieber noch mach lieber leben so würde ich auch hätten mir jetzt mal von unten neu geholt kann es passieren dass ich sogar weiter das ist das was ich meine ja der der frosch ist nicht ohne weil du musst immer gleich zurück drücken wie gesagt das ist beim nach von dem nicht auch so ja das nasshorn ist aber auch dafür auf land nur meist dass er ruhe hast ich schaffe das immer wieder er wird lässt sich von den treffen oder du springst genau damit durch die beiden sind auch nervig bei mir zumindest bei dieses level ne schaffst du zum haare raufen der geht ja die beiden ab und zu springt der ich möchte jetzt dass ich hätte die felskippen gesehen aber ich bin zum glück nicht drin aber lieber putze man ja ja was ist jetzt mit dir schon die ganze zeit gucken naja ernsthaft ich grinse ganze zeit aber guck blöd hey machst du das nicht immer hey nicht so kennst du das selten kennst du das auch selber ja oh fuck you grinsen aber trotzdem blöd da bald reinschauen weil du was nicht schaffst ne hey diesmal macht er das sofort immer drücken anstatt zu warten dann denkst du jetzt auch jolo capolo ne jolo capolo muss dein leben erleben dann muss ich jetzt warten nein oh der eine hätte aber drüber gehen können ne sicherlich nein hab ich gesagt nein hat er gesagt nein hab ich gesagt ja das wird nichts klar ach komm laber nicht noch nicht mal getroffen noch nicht mal getroffen noch nicht mal getroffen getroffen mhm boah war das knapp ich hab so rechtzeitig reingesprungen bist da weißt du noch jetzt na sicherlich ich würd gerne mal wissen was da unten ist ehrlich ja wollte ich die ganze zeit auch schon wissen aber hast du noch nicht gemacht bis jetzt ich glaub da gibt es sogar ein trick bei was du alle sechs krist ach ja 18 l wieder voll die doch gerade springt nicht das problem und warum genau vom ende das war vorher das problem sollte ich weiter springen ja einfach machen denn land ist mir nicht oben eigentlich doch ich glaube ich muss genau auf den geier zielen dann traf ich am besten noch nicht laden oder willst du wieder das gleiche machen wie ich einfach im ersten leben das glaube ich auch in dem fall weil ich glaube das erste level kriegst du ganz gut hin und lohnen crash ja gut dann musst du einmal drüber springen ja und so und wieder gleich wie vorher ne hallo über da und so weiter drücken und was du weißt nicht 25 level christian schnell hin zwei mal ich bringe dauernd rein irgendwie du schaffst es jetzt bring doch mal meine fresse ich mache weiter warum ist dixie nicht bei könnte darüber fliegen die könnte fliegen aber ist ja wer zu einfach ja was gesehen dass die das fast eben nach oben gehauen hast nach ja wenn sie vorher nach oben geflogen ich habe die hasse ich auf jeden fall die stelle ja dann gehen mittlerweile ach ja ich würde ich kenne bis nach unten ja nicht nur du ich glaube die manane fliegt da unten in das fass rein das da unten ist meine landes landes auch wieder am anfang das kann auch sein wenn du kommst im bonus ding rein oder landes irgendwo ganz bescheiden und sagen wir noch mal stellen würdest du das mal probieren echt kann ich machen aber ich wollte zurückgeflogen ja glück hast kommt immer zu weiter gehen kann zu weit nach unten gehen kann obwohl wenn du drauf klickst dann bist du auch da er will aber nicht zurück er kriegt da drauf muss erst einmal klicken genau jetzt noch mal klicken weil du musst erst die szenen auswählen ich habe mir nicht springen ich würde mal vielleicht mit tastatur spielen Nein, kann ich nicht. Naja, ich will ja erst D, D, Q und Shift und Space. Nee, kann ich trotzdem nicht. Dann geht's relativ ganz gut. Manchmal springt er auch nicht, aber das ist, weil ich behindert auf die Leertaste drücke. Hallo. Der hätte die eigentlich boxen können. Na, versuchst du es? Das schaffst du, glaube ich, nur mit Dixi. Ach, mit Didi. Weil er so leicht ist. Ja, ich glaube, das hat Vicky da noch was mit zu tun. Wir sollten gerne nicht leben. Nee. Wir haben nicht, den hast du gerne getötet. Und der hier. Wurde hin. Nächster. Oh. Was, ich war da drauf? Ja, das Leben ist jetzt weg. Ja, trotzdem war ich drauf. Oh. Machst du. Da oben ist nichts mehr. Hau ab. Vor allem der kickt einen immer zurück. Das ist nervig. Ähm. Ja. Weiß. Hey, jetzt ist das, ne? Da war nix. Nääää. Ist eigentlich nur dafür da. Hey, Geier. Hier oben eigentlich irgendwas gewesen. Näää. Nääää. Weiß ja nicht, was du suchst. War nix. Gucken wir noch. Bam, bam. Heinen ins Loch. In die feuchte Höhle. Ja, in die feuchte Grotte. De 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 de. Jetzt würde ich aber keinen versuchen, keinen. Ja, oder irgendwie sowas gemischt. Mann, ey. Ää, man wollte es ja entspringen. Keine Ahnung. Warum hast du denn gesprungen? Das hätte doch noch gedauert. Der kommt doch nach dem Fisch, der Frosch. Ja. da kommt doch noch ein fisch der frosch ja das ist immer nervig soll ich jetzt hier speichern immer ja noch doch